Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 40 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 695 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017